Jazz im Anleger Das Matthias Pogoda Quartett sorgt im Anleger 1870 regelmäßig für exklusive Chill-Out-Atmosphäre. Im original 60er-Jahresstil von Wes Montgomery und George Benson. Improvisiert und cool. Wir spielen ja aus Spaß. Wir sind alles Berufsmusiker. Lars Hansen spielt Bass. Lorenz Böschel spielt Klavier. Stefan Dahms Schlagzeug und ich spiele Gitarre. Wir kennen uns alle von unzähligen Projekten aus Theatern, aus der NBA-Tick-Band. Wir freuen uns, wenn wir eine große Rolleinigung. Wir werden ein bisschen flunk, aber zum Beispiel das Karneval steírevé. Wenn die Abenteuerung ist, ist die Abenteuerung. Man kann es nicht als bei der Abenteuerung. Wir hatten die Abenteuerung. Wir brauchen die Abenteuerung. Wir haben eine Abenteuerung und eine Abenteuerung. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.